Außergewöhnliche technische Entwicklungen verschieben die Grenzen des Möglichen. Gigantische Städte, geniale Konstruktionen, bahnbrechende Erfindungen. Durch Technik werden Träume wahr. All das wäre nicht denkbar ohne die Leistungen antiker Zivilisationen. Sie haben der Physik getrotzt, nach den Sternen gegriffen und die Wunder dieser Welt errichtet. Von riesigen Pyramiden über gewaltige Tempel bis hin zu mächtigen Burgen. Und das mit einfachsten Werkzeugen. Sie müssen unglaubliche Fähigkeiten gehabt haben. Ihre Erfindungen sind das Fundament unserer modernen Welt. Rad und Straße zählen zu den wichtigsten Errungenschaften der Menschheit. Unser Planet ist heute voller Fahrzeuge. 1,2 Milliarden Autos, Motorräder, Transporter und Lastwagen sind auf Millionen Kilometern Straße unterwegs. Straßen versetzten Menschen in die Lage, Waren und Güter über weite Strecken zu transportieren. Sie führen durch Eiswüsten und Dschungel, über Gebirgspässe und durch tiefe Schluchten. Straßen haben unsere Gesellschaft geformt. Es ist ein langer Weg bis zu unserem heutigen Verkehrsnetz. Erste befestigte Straßen entstehen bereits im vierten Jahrtausend vor Christus. Ab dem fünften Jahrhundert vor Christus vollbringt das Römische Reich wahre Meisterleistungen im Straßenbau. Die Römer schaffen ein 80.000 Kilometer langes Verkehrsnetz quer durch Europa, den Nahen Osten und Nordafrika. Ein hocheffizientes System. Die römischen Truppen kamen so viel schneller an ihr Ziel. Das technische Know-how der Römer beeindruckt bis heute. Die alten Römerstraßen waren Kommunikationsadern und sie hatten viele Jahrhunderte lang Bestand. Sie beeinflussen Generationen von Architekten und Ingenieuren. Ihre Erkenntnisse über Bautechnik und die Statik von Gebäuden sind bis heute wichtig für uns. Sie haben den Grundstein für die heutige Infrastruktur gelegt. Die Römer perfektionieren den Bau von Straßen, Brücken und Tunneln. Ohne Straßen hätte es kein Römisches Reich gegeben. Die Geschichte des Straßen- und Wegebaus beginnt schon vor der Zeit des antiken Roms. Mit den Anfängen unserer Zivilisation. Lange bevor es Straßen, Boulevards und Autobahnen gibt, nutzen die Menschen einfache Pfade, um von Ort zu Ort zu kommen. Dabei sind immer wieder natürliche Hindernisse im Weg. Sümpfe, Moore und andere gefährliche Landschaften. Menschen wollen immer dadurch, wo sie besser nicht durch sollten. Wie haben unsere Vorfahren dieses Problem gelöst? Die Evelyn Marshes in Somerset im Südwesten Englands. Über Jahrhunderte wird hier Torf als Brennstoff abgebaut. Lange ahnt niemand, welches 6000 Jahre alte Geheimnis sich in den Sümpfen verbirgt. 1970 entdeckt ein Torfstecher die Überreste einer rätselhaften Holzkonstruktion. Die Datierung der Baumringe ergibt das Jahr 3806 vor Christus. Die dendokronologische Methode oder Baumringdatierung verrät viel über den Winter, in dem der Baum gefällt wurde. Durch die konservierende Wirkung des Torfs ist das Holz erhalten geblieben. Verwesung und Zersetzung sind abhängig von Sauerstoff. Und der ist hier knapp. Das macht Sumpfgebiete zu archäologischen Schatzkammern. Schnell steht fest, bei der Konstruktion handelt es sich um einen neolithischen Holzsteg. Benannt wird der Sweet Track nach seinem Entdecker, dem Torfstecher Ray Sweet. Der Sweet Track löste ein Problem. Wie kommt man von einem Ort zum anderen, wenn dazwischen ein Sumpf liegt? Er gilt heute als eine der ältesten straßenähnlichen Konstruktionen der Welt. Doch wie ist er errichtet worden? Der Sweet Track ist ausgesprochen clever konstruiert. Die Bohlen wurden auf gekreuzte Pfosten gelegt. So kam man sicher über das Moor. Einfach, aber brillant. Eine Erfindung, die den Menschen das Leben erleichtert. Seit Beginn der Industrialisierung befindet sich die Erde im Wandel. Straßen sind Lebensadern der menschlichen Zivilisation. Die Vorläufer unserer modernen Verkehrswege finden sich nicht nur in Europa. Um 3000 vor Christus entsteht im Norden des afrikanischen Kontinents die ägyptische Hochkultur. Eine besondere Rolle spielt dabei der Nil. Er macht das Land furchtbar und wird zur wichtigen Verkehrsader. Wie kaum eine andere frühe Hochkultur ist das alte Ägypten reich an Erfindungen und Errungenschaften in Kunst, Wissenschaft, Technik und Religion. Entlang des Nilufers entstehen einzigartige Monumente, Pyramiden, Tempel und Wandmalereien. Der Nil war eine Art Superhighway. Er spendete Ägypten Leben. Er verband fast alle besiedelten Gebiete in Ägypten. Der Fluss dient als wichtigste Handelsstraße für eine Vielzahl von Gütern. Schiffe transportierten Lebensmittel und Trinkwasser, aber auch Baumaterial wie Steine. Es gab sogar Fährschiffe. Obwohl der Nil den wichtigsten Verkehrsweg bildet, sorgen die alten Ägypter für einen Durchbruch im Straßenbau. 1994 machen Geologen 70 Kilometer südwestlich von Kairo eine sensationelle Entdeckung. Pflastersteine mitten in der Wüste. Nähere Untersuchungen zeigen, es handelt sich um eine 12 Kilometer lange gepflasterte Straße. Die Steinbruchstraße am Karunsee. Anhand von Tonscherben in der Nähe der Straße kann ihr Alter auf eine Zeit zwischen 2600 und 2200 vor Christus datiert werden. Das macht sie zur ältesten noch erhaltenen Pflasterstraße der Welt. Doch warum haben die Ägypter sie gebaut? Der Grund war der nahegelegene Steinbruch. Dort wurde ein bestimmtes Vulkangestein abgebaut, das sonst nirgendwo in Ägypten zu finden war. Basalt aus dem Steinbruch Vidan el-Faras muss zum 12 Kilometer entfernten Karunsee transportiert werden. Von dort geht es per Schiff weiter zu den Baustellen der Pyramiden von Gizeh. Eine spannende Entdeckung. Sie hilft uns zu verstehen, wie die Pyramiden in Gizeh gebaut wurden. Die Wüste holt sich zurück, was der Mensch ihr abgerungen hat. Heute endet die Steinbruchstraße im Nichts. Für die alten Ägypter war die Errichtung der Straße eine Herausforderung. Straßenbau in der Wüste stellt auch moderne Ingenieure vor Probleme. Die Wüste Rub al-Khali bedeckt ein Drittel der arabischen Halbinsel. Mit rund 650.000 Quadratkilometern ist sie die größte Sandwüste der Erde. Sie erstreckt sich über vier Länder. Oman, Jemen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Rub al-Khali gilt als eine der unzugänglichsten Regionen des Planeten. Doch ein ambitioniertes Bauprojekt schafft eine direkte Verbindung zwischen dem Oman und Saudi-Arabien. Eine Autobahn in der Wüste. Am Tag ist es über 50 Grad heiß, nachts nur knapp über Null. Sie bauen auf Sand. Und einige dieser Dünen sind bis zu 80 Meter hoch. Man arbeitet also permanent auf beweglichem Untergrund. Insgesamt werden 130 Millionen Kubikmeter Sand abgetragen. Hunderte Arbeiter sind am Bau der Straße beteiligt, die die Fahrstrecke zwischen Saudi-Arabien und dem Oman um gut 800 Kilometer verkürzt. Von der modernen Technik, die beim Bau des Highways zum Einsatz kommt, können frühe Zivilisationen nur träumen. Auch sie errichten beeindruckende Verkehrswege, können sie aber nur begrenzt nutzen. Das ändert sich mit der Erfindung einer so einfachen wie genialen Konstruktion. Dem Rad. Es ist der Schlüssel zur Entwicklung von Karren, Kutschen und Streitwagen. Es dient der Energiegewinnung und der Zeitmessung. Ermöglicht Weltrekorde und sichere Landungen. Es macht unsere Freizeit aufregender. Sorgt für Mobilität und hilft uns sogar beim Erforschen fremder Planeten. Doch wann genau ist das Rad erfunden worden? Und von wem? 2002 finden im Laibacher Moor, nahe der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, Ausgrabungen statt. Dabei gelingt Archäologen eine Entdeckung. Ein Rad aus Eschenholz mit einer Achse aus Eiche. Die Wissenschaftler vermuten, das Holzrad könnte deutlich älter sein als die bisherigen Rekordhalter. Tatsächlich ist es über 5000 Jahre alt und damit bislang das älteste Rad der Welt. Die Erfindung des Rades ist ein Meilenstein der Geschichte, der die Entwicklung der Menschen beeinflusst hat. Vor allem beim Transport von Waren ist das Rad eine enorme Erleichterung. Am Anfang stehen einfache Karren mit nur einer Achse. Mit ihnen konnte man Lasten mühelos transportieren und musste sie nicht mehr in Körben auf dem Rücken tragen. Die Erfindung des Rades ändert alles. Aus einfachen Karren werden von Pferden oder Ochsen gezogene Fuhrwerke, die Güter und Personen über immer weitere Strecken befördern. Ein Quantensprung des Transportwesens, ohne den unsere moderne Welt nicht vorstellbar ist. Doch für ein funktionierendes Transportsystem müssen Straßen gebaut werden. Die Paradedisziplin der antiken Römer. Auch wenn sie die Straßen nicht erfinden, bauen sie doch ihr Imperium darauf auf. In seiner Blütezeit erstreckt sich das Römische Reich auf über 5 Millionen Quadratkilometern, von Europa über Nordafrika bis in den Nahen Osten. Der Kaiser regiert über 50 Millionen Menschen, ein Fünftel der damaligen Weltbevölkerung. Ohne Straßen – undenkbar. Die Geschichte des Straßenbaus ist eng mit den Römern verbunden. Was macht die Straßen der Römer so besonders? 312 vor Christus beginnen sie mit dem Bau einer ihrer bedeutendsten Straßen. Die Via Appia verbindet Rom und Capua, in der Nähe des heutigen Neapels. Die Via Appia war die erste große Römerstraße, eine Art Schnellstraße nach Süditalien. Nachdem die ideale Streckenführung gefunden ist, heben die Baumeister einen Graben aus. Mit Sand und Geröll aufgefüllt entsteht so ein solides Fundament. Es folgt eine Schicht aus Kies, die mit Lehm oder Mörtel verdichtet wird. Behaune Pflastersteine sorgen für den Abfluss von Regenwasser. Eine revolutionäre Konstruktion. Das war ausgesprochen fortschrittlich. Vieles findet sich auch bei modernen Straßen. Entwässerungssystem, undurchlässige Schichten, Schotter und Pflastersteine. Die Via Appia verbindet Rom mit den Siedlungen und Häfen im Süden Italiens. Sie wird zur Lebensader des Imperiums. Und das ist erst der Anfang. 40.000 Legionäre, die auf einer Straße marschieren. Das war beeindruckend. Gebaut werden die Straßen vor allem von Soldaten. Die römischen Truppen waren vielseitig aufgestellt. Es gab Landvermesser, Ingenieure und Bauarbeiter. Das dichte Verkehrsnetz begünstigt die Ausdehnung des Imperiums. Nachdem sie ganz Italien erobert hatten, expandierten sie weiter. Und unterwarfen ein Nachbarland nach dem anderen. Zwischen 200 vor und 14 nach Christus erobern die Römer fast ganz Westeuropa. Griechenland, den Balkan, den Nahen Osten und Nordafrika. Gepflasterte Straßen durchziehen das Reich. Alle Wege führen nach Rom. Für das römische Straßennetz traf das tatsächlich zu. Über dieses gewaltige Netz kommen die Truppen schnell an ihren Bestimmungsort. So abgelegen er auch sein mag. Man kam in wenigen Wochen von Rom nach Britannien. Für damalige Verhältnisse war das extrem schnell. Der Handel blüht auf, die Bevölkerung profitiert. Je besser das Verkehrsnetz, desto mehr Waren konnten über weite Strecken transportiert werden. Die Wirtschaft florierte und führte zu Wohlstand. Die Römer bauen selbst auf unwegsamsten Geländer. Terrain, das noch heute eine Herausforderung ist. Norwegen. Die Straßen hier sind schmal und schlängeln sich in engen Kurven die Berghänge hinauf. Mitte der 1990er Jahre wird mit dem Bau eines Tunnels begonnen, der die Städte Bergen und Oslo verbindet. Der Leerdals Tunnel führt mitten durch ein Bergmassiv. Mit 24,51 Kilometern ist er der längste Straßentunnel der Welt. Die Ingenieurinnen und Ingenieure haben Unterstützung aus dem Weltraum. Die Tunnelbohrmaschinen operieren GPS-gesteuert. So wird unter der Erde präzise Navigation möglich. Fast drei Millionen Kubikmeter Gestein werden ausgehoben. Aber lässt sich verhindern, dass Autofahrer bei der etwa 20-minütigen Fahrt im Tunnel einschlafen? Eine Sicherheitsmaßnahme ist die kurvige Streckenführung, die absichtlich dafür sorgt, dass schläfrige Fahrer aufmerksam bleiben. Hinzu kommt ein besonderes Beleuchtungskonzept. Der Tunnel ist in vier Zonen unterteilt, die durch verschiedenfarbig ausgeleuchtete Hallen getrennt werden. Das Lichtdesign gibt Fahrern ein sicheres Gefühl und schützt vor Klaustrophobie und Panik. Die blauen und gelben Lichter erinnern an einen Sonnenaufgang. Das schafft eine positive Atmosphäre. Das Bauprojekt vereint fortschrittliche Technik und Psychologie. Nach fünf Jahren Bauzeit wird der Leerdals-Tunnel im Jahr 2000 eröffnet. Tunnel, die durch Berge führen, sind für antike Zivilisationen noch überwiegend Zukunftsmusik. Die Römer bauen ihre Straßen zwar so gerade wie möglich, doch an steilen Hängen müssen sie die Richtung ändern. Und Berge sind nicht die einzige Herausforderung. Auch am Wasser führt oft kein Weg vorbei. Die klassischen Römerstraßen waren schnurgerade, wie mit dem Lineal in die Landschaft gezogen. Und manchmal waren Flüsse im Weg. Einfache Holzstege und Brücken sind schon von früheren Kulturen bekannt. Aber um Tausende von Legionären sicher ans andere Ufer zu bringen, brauchen die Römer eine bessere Lösung. Eine neue Herausforderung für die Baumeister. Um stabile Steinbrücken errichten zu können, bedarf es einer besonderen Technik. Der römische Brückenbau ist beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt diese Brücken sind. Sie finden sich überall im Römischen Reich. Einige dieser Brücken sind bis heute erhalten. Was ist das Geheimnis ihrer Stabilität? Wissenschaftler haben die Zusammensetzung des römischen Mörtels untersucht. Er besteht aus Vulkanasche, Kalk, Wasser und Tuffstein. Bei der Verbindung von Vulkanasche, Kalk und Wasser kommt es zu einer chemischen Reaktion. Das Resultat ist ein Beton, der besonders haltbar und stabil ist. Römischer Beton konnte sogar unter Wasser aushärten. Das machte ihn so besonders. Viele Konstruktionen verdanken diesem Baustoff ihre Standfestigkeit. So auch die Bauwerke des Architekten Markus Vitruvius, genannt Vitruv. Vitruv war einer der klassischen Baumeister der Antike und Verfasser der Zehn Bücher über Architektur. Er gilt als einer der größten Architekten der Geschichte. Laut Vitruv müssen bei der Planung eines Bauwerks drei Aspekte berücksichtigt werden. Festigkeit, Nützlichkeit und Schönheit. Der wasserdichte Beton ermöglicht ein solides Fundament. Aber wie schaffen es Vitruv und andere Baumeister, gewölbte Brücken zu errichten, die dem Gewicht ganzer Legionen standhalten? Wenn man eine Konstruktion belastet, beugt sie sich. Dabei wird Druck auf die Oberfläche ausgeübt. Gleichzeitig steht die Unterseite unter Spannung und Spannung lässt die Brücke einstürzen. Die Römer nutzen eine ältere Erfindung. Sie entwickelten den Rundbogen für den Brückenbau weiter. Gemauerte Bogenbrücken sind so konstruiert, dass sie ständig unter Druck stehen. So eine Bogenform hält ungeheuren Belastungen stand. In den römischen Jahrhunderten entstehen gewaltige Bauwerke. Der Bogenbau ermöglichte immer größere Konstruktionen. Nicht nur bei Brücken und Aquädukten. Auch andere Bauwerke wurden auf diese Weise errichtet. Zum Beispiel Amphitheater und sogar das Kolosseum in Rom. Von ihren antiken Vorgängern inspiriert, treiben moderne Ingenieure die Entwicklung weiter voran. Der Brückenbau ist für Bauingenieurinnen und Ingenieure bis heute ein spannendes Thema. Es gibt so viele verschiedene Materialien und Formen. Meine Lieblingsbrücke ist die Golden Gate Bridge in San Francisco. Die Golden Gate Bridge wird 1937 für den Verkehr freigegeben und hat eine Spannweite von gut 1,3 Kilometern. Ursprünglich soll sie schwarz-gelb gestrichen werden, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Doch der rote Rostschutz-Anstrich gefällt dem Chefingenieur so gut, dass er es dabei belässt. Fast drei Jahrzehnte lang ist die Golden Gate Bridge die längste Hängebrücke der Welt. So große Hängebrücken sind einfach atemberaubend. Den aktuellen Rekord hält die Akashikaikyo-Brücke in Japan mit fast vier Kilometern Länge. Sie soll Erdbeben und Taifunen standhalten. Durch ihre besondere Bauweise trotzt sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 km h. Die höchste Brücke Europas steht in Südfrankreich. Auf dem 270 Meter hohen Viadukt von Millau fahren die Autos buchstäblich durch den Himmel. Doch nicht alle modernen Konstruktionen sind ein Erfolg. Gelegentlich kommt es zu Tragödien, die zeigen, dass Ingenieure nicht unfehlbar sind. Im Juli 1940 wird die Tacoma Narrows Bridge im US-Bundesstaat Washington eröffnet. Damals die drittgrößte Hängebrücke der Welt. Der Bau der Tacoma Narrows Bridge fiel in eine Zeit, in der Brückenkonstrukteure an die Grenzen des Möglichen gingen und Hängebrücken waren in Mode. Sie haben unterschätzt, welchen Einfluss die Aerodynamik auf die schmale Brücke haben würde. Eine gefährliche Fehlkonstruktion. Schon kurz nach der Fertigstellung wird klar, Wind bringt die Fahrbahn in Bewegung. Die Brücke war extrem windempfindlich. Fing sie an zu schwingen, schaukelte sie sich immer weiter auf. Als würde sie tanzen. Die tanzende Brücke wird zum Touristenmagnet. Nur vier Monate nach der Eröffnung geschieht das Unvermeidliche. Sie schaukelte so sehr, dass sie einstürzte. Unvorstellbar, dass es sich um eine Betonbrücke handelte. Das sah aus, als wäre sie aus Papier. Es war ein Schock für das Ingenieurwesen, dass ein so fortschrittliches Projekt scheitern konnte. Neue technische Möglichkeiten bringen auch die Gefahr von Fehlern mit sich. Aber in jedem Irrtum steckt die Chance auf Weiterentwicklung. Ein Prozess, den auch die antike Welt durchlaufen muss. Die ersten Räder sind massive Holzscheiben. Das Ergebnis? Langsame, schwerfällige Fahrzeuge. Diese Räder hatten ein hohes Gewicht. Die armen Ochsen hatten daran vermutlich schwerer zu ziehen als an der Ladung. Etwa 2000 vor Christus entwickelt sich das Rad weiter. Die Menschen erkennen, dass Speichen die Räder leichter und belastbarer machen. Durch die Speichen wurde das Gewicht verringert. Die neuen Räder ermöglichen den Bau schnellerer und leichterer Fahrzeuge wie von Pferden gezogene Streitwagen. Nur wenige sind bis heute erhalten. 2019 gelingt Archäologen in einem Grabhügel in Kroatien ein Sensationsfund. Vor 2000 Jahren liegt hier die römische Provinz Pannonien. Aus dieser Zeit stammt der gut erhaltene zweiräderige Streitwagen, auf den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier stoßen. Sie fanden einen römischen Streitwagen in Ostkroatien, außerdem menschliche Überreste und Pferdeknochen. Der Fund zeigt, wie fortschrittlich römische Fahrzeuge sind. Der Streitwagen hatte eine wichtige Funktion. Mit ihm erreichte man in kurzer Zeit auch weit entfernte Ziele. Außerdem war er ein Statussymbol. Man stand buchstäblich über den Menschen. Mit einem Streitwagen begraben zu werden, zeigte, wie wichtig man zu Lebzeiten war. Doch Streitwagen sind keine bloßen Statussymbole. Auch für Wagenrennen sind sie unverzichtbar. Kein römisches Spektakel ohne Streitwagen. Der Zirkus Maximus in Rom ist der größte Veranstaltungsort der Antike. Eine Arena der Superlative. Bereits im 6. Jahrhundert vor Christus finden hier Wagenrennen statt. 46 vor Christus lässt Julius Cäsar den Zirkus Maximus ausbauen. Er soll Platz für 250.000 Zuschauer geboten haben. Die Gespanne erreichten hohe Geschwindigkeiten. Das war gefährlich. Heute ist die Arena eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Roms. Römische Streitwagen sind leicht, aber stabil. Ein breiter Achsabstand reduziert die Gefahr, sich zu überschlagen. Die Räder sind klein, damit sich der Wagen in Kurven besser lenken lässt. Das macht das Fahren allerdings holprig. Das war wie Silverstone oder Monte Carlo für die Römer. Tatsächlich gibt es Parallelen zwischen antiken Wagenlenkern und heutigen Rennfahrern. Beide treten in den leichtesten und schnellsten Fahrzeugen ihrer Zeit an. Formel-1-Boliden erreichen dabei Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern. Die Fahrer wechseln die Gänge in Bruchteilen von Sekunden. Moderne Rennwagen aus ultraleichtem Material haben eine hervorragende Aerodynamik und hohen Anpressdruck. Das sorgt für eine bessere Bodenhaftung. Beim heutigen Motorsport denkt man an hohe Geschwindigkeiten und hohes Risiko. Doch auch die Wagenrennen der Antike sind purer Nervenkitzel. Meist laufen sie über sieben Runden, insgesamt acht Kilometer. Unfälle sind an der Tagesordnung. Römische Wagenlenker lebten gefährlich und wurden meistens nicht alt. Fast 1000 Jahre nach seiner Eröffnung findet 549 nach Christus das letzte Wagenrennen im Zirkus Maximus statt. Zu diesem Zeitpunkt steht das Römische Reich vor dem Ende. Immer mehr Provinzen lösen sich ab. Wird dem Imperium seine Größe zum Verhängnis? Die Römer hatten nicht genug Ressourcen, um so ein riesiges Territorium zu kontrollieren. Mit dem Untergang Roms zerfielen auch Straßen und Brücken. Das Wissen um ihren Bau geriet in Vergessenheit. Nach dem Ende des Römischen Reichs kommt der Straßenbau in Europa fast zum Erliegen. Das römische Verkehrsnetz wurde bis ins Mittelalter genutzt und notdürftig instand gehalten. Es gab aber keine technischen Fortschritte mehr. Bis heute prägen Römer Straßen unsere Infrastruktur. Das zeigen auch die Aufnahmen moderner Satelliten, die unaufhörlich die Erde umkreisen. Sie belegen, wie sehr moderne Straßen den Verkehrswegen der Römer folgen. In einer aktuellen Studie werden nächtliche Satellitenbilder von Europa mit Karten aus der Blütezeit Roms verglichen. Es gibt erstaunliche Übereinstimmungen zwischen den römischen Straßen und heutigen Verkehrsachsen. An den großen Verkehrsknotenpunkten des alten Roms konzentrieren sich die Lichtpunkte. Viele europäische Städte und Autobahnen werden entlang alter Römerstraßen gebaut. Sie bilden die Basis unseres modernen Straßensystems. Die Spuren der römischen Weltmacht sind bis heute erkennbar. Wir bewegen uns noch immer auf ihren Straßen und leben in Städten, die von den Römern gegründet oder besetzt wurden. Viele der antiken Pflasterstraßen überdauern bis ins 18. Jahrhundert. Erst danach steigt die Nachfrage nach einem leistungsfähigeren Straßennetz. Die Straßen mussten breiter werden, weil immer mehr Fahrzeuge unterwegs waren. Damit begann eine neue Ära des Straßenbaus. Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts werden in großem Umfang neue Straßen angelegt. Als Vater der modernen Straße gilt der Schotte John McAdam. Er erfindet einen Straßenbelag aus verdichteten Schotterschichten. Damit müssen Straßen nicht mehr mit teuren Steinplatten gebaut werden. McAdam war der Meinung, dass diese riesigen Pflastersteine nicht nötig sind. Römische Straßen waren bis zu anderthalb Meter dick, seine nur 60 Zentimeter. Die sogenannten Makadam-Straßen sind nicht nur billiger, sondern auch langlebiger. Die Technik setzt sich durch. Bis Ende des 19. Jahrhunderts werden die meisten europäischen Hauptstraßen makadamisiert. Das Timing ist perfekt. Denn schon bald darauf verändert eine neue Erfindung die Welt und ihre Mobilität. Bis heute ist sie ein Symbol für Freiheit und Wohlstand. Das Automobil löst das Pferd als wichtigstes Transportmittel ab. Die Entwicklung des Verbrennungsmotors hat alles verändert. Er ist bis heute der wichtigste Antrieb. Seit den Römern hatte sich die Reisegeschwindigkeit auf der Straße nicht verändert. Man konnte laufen, reiten oder Kutsche fahren. Dann kam das Auto und mit ihm ein Geschwindigkeitsrekord nach dem nächsten. Im 20. Jahrhundert boomt der automobile Straßenbau. Autos bringen uns genau dahin, wo wir hinwollen. Das gilt für Individualverkehr und Warentransport. Kraftfahrzeuge machen das Leben leichter. Doch der Preis ist hoch. Die Erde erstickt an den Abgasen. Die Folgen sind CO2 und Methan-Emissionen und natürlich der Treibhauseffekt. Der Straßenverkehr ist für über 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Autos sind ein Hauptverursacher der weltweiten Klimakrise. Viele Städte leiden unter den Abgasen. Etwa Manila auf den Philippinen. Oder Bangalore in Indien. In vielen Großstädten ist man mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto. Klima und Umweltschutz sind die neuen großen Herausforderungen der Technik. Ein weiteres Mal müssen wir das Rad und die Straße neu erfinden. Eine Zukunftsvision? Selbstfahrende Elektroautos, die die effizienteste Route wählen und von der Straße mit Energie versorgt werden. Die Idee? Solarstraßen erzeugen Strom aus Sonnenlicht und geben ihn dann während der Fahrt an Elektroautos ab. Das Problem überfüllter Straßen wird das allein aber nicht lösen. Wir müssen herausfinden, wie wir auch in Zukunft reisen, handeln und kommunizieren können, ohne dabei die Erde aufs Spiel zu setzen. Ob steinzeitliche Holzstege, ägyptische Pflasterstraßen, das Verkehrsnetz der Römer oder moderne Autobahnen. Straßenbau ist ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte. Im Laufe der Jahrtausende haben wir die Grenzen des Machbaren immer wieder verschoben. Nicht umsonst gehören die Straße und das Rad zu den wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Aus einfachen Holzscheiben werden Hightech-Räder, die Menschen und Güter um den Globus befördern. Mit Erfindergeist und Einfallsreichtum lässt sich vieles überwinden. Unsere Vorfahren haben den Grundstein gelegt. Gefordert sind jetzt wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017